Oh nein, oh nein, oh nein, ich muss endlich das Dämonen-Baby retten und oh, was macht ihr denn hier? Hey Freunde, ich bin's Leo, willkommen zu einem neuen Video und ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, aktiviert die Glocke und wenn euch das Video gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Aber Leute, es ist ein Notfall, ein Notfall. Gestern wurde das Dämonen-Baby entführt von dem Game Master, das ist gar nicht gut. Oh, aber wenn ihr mir helfen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare und wenn ihr das getan habt, dann seid ihr in der Lamy-Army und auch in der Leo-Army. Also alle müssen auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Aber Leute, ich hoffe, ihr habt auch in die Kommentare geschrieben, wo das Dämonen-Baby ist und wohin der Game Master die hin entführt hat. Oh, ich lese mal die Kommentare, aber hier steht ja nur, dass der Game Master mit dem Dämonen-Baby zur Schule gegangen ist. Also links neben der Schule habt ihr gesagt. Oh, aber bevor ich da hingehe, Leute, muss ich auf jeden Fall noch eine Ausrüstung mitnehmen. Hm, ich glaube, oh, das ist die perfekte Ausrüstung, Leute. Oh, ich sehe wirklich aus wie ein gefährlicher Bandit. Und ich werde mit dieser Ausrüstung das Dämonen-Baby retten. Oh, das ist nämlich gar nicht gut. Und Lamy und das Dämonen-Mädchen wissen noch gar nicht Bescheid, dass das Dämonen-Baby entführt wurde. Deswegen muss ich das jetzt regeln, sonst bekomme ich am Ende ganz, ganz viel Ärger. Okay, hm, dann wollen wir mal. Also Leute, schaut das Video unbedingt bis zum Ende, damit ihr auch helfen könnt. Das wäre ganz, ganz lieb von euch. Aber jetzt, Freunde, links neben der Schule habt ihr gesagt. Na gut, das muss ja dann irgendwo hier sein. Hey, Game Master, wo bist du? Ah, wo bin ich? Oh, das ist ja mal gruselig. Hey, lass mich hier raus. Aber wo bin ich hier? Oh, das ist doch eine Kamera. Äh, werde ich hier gefilmt. Oh, das ist der Game Master. Hey, Game Master, wo ist das Dämonen-Baby? Ich habe dich erwartet, Leo. Na, endlich bist du da. Ja, hey, na, wie geht's dir? Oh, lass, lass sofort das Dämonen-Baby raus. Hey, kannst du mich hier sehen? Ich sehe dich klar und deutlich, aber Leo, falls du das Dämonen-Baby retten willst, dann musst du jetzt durch mein Parcours gehen und du hast auch wirklich nur 5 Minuten Zeit. Solltest du eine Sekunde länger brauchen, dann werde ich das Dämonen-Baby endgültig vernichten und aufschnitzen. Oh, was sagst du da? Hey, das werde ich niemals zulassen. Ich werde hier, oh, was ist das hier? Ich werde zu dir kommen und auf den Po hauen und das Dämonen-Baby retten. Deine Zeit läuft schon. Oh, weg mit der Kamera. Oh, weg mit dir. Du, du bist hässlich. Äh, hey, hör auf, meine Sachen kaputt zu machen. Hey, äh. Mann, der Blödkopf. Jetzt muss ich hier durch diesen ganzen Parcours laufen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Na gut, aber mit eurer Kraft schaffe ich das auf jeden Fall. Also, deswegen gebt dem Video einen Daumen nach oben, Leute. Oh, diesen Sprung kommt schon und zu. Oh, oh, ich hab's geschafft. Okay, das ist schon mal gut. Dann einmal hier drauf. Oh, hier. Nein, ich bin da rutsch. Oh, oh, ich muss mich beeilen, wie die Zeit läuft. Na gut, dann wollen wir mal weiter. So, und zu. Ja, und vielleicht eine Abkürzung. Und ja, ich hab es fast geschafft, Leute. Und zu. Und ja. Okay, Martha, wo bist du? Und was ist das denn hier? Muss ich jetzt durch das Lama rund gehen, oder was? Oh, 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 Geistgesicht. Hey, verschwinde von mir. Oh, weg mit dir. Oh, oh, das war ein Geistgesicht. Muss ich etwa gegen diese Geistgesichter hier kämpfen? Aber zum Glück habe ich eine Shotgun und ein Diamantenschwert. Oh, 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 noch einer. Verschwinde, ich werde dich platt machen. Und, oh, Dämonenbaby, ich muss mich beeilen. Sonst wird die umgeschnetzelt. Das ist gar nicht gut. Oh, noch einer. Oh, oh, warum sind hier so viele Geistgesichter? Verschwinde von mir. Ich muss doch nur zum Dämonenbaby laufen. Oh, oh, oh. Oh, vorsichtig, vorsichtig, Leute. Hier, und, oh, oh. Nein, Geistgesicht. Verschwinde. Oh, oh, oh. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Und ich bin ganz, ganz alleine. Also, Lami oder Emily oder das Dämonenmädchen sind nicht hier. Nur ich und ihr. Oh, oh. Deswegen, Leute, wir müssen das gemeinsam schaffen. Oh, oh, aber noch einer. Oh, wie viele sind denn da von hier? Ich glaube, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Wollern muss ich? Oh, oh, hallo? Was ist das denn? Da ist eine Game Master Armee. Und da hinten ist doch das Dämonenbaby. Ich habe sie gefunden. Na gut, dann wollen wir mal. Und hier bin ich, Game Master. Ich habe dich erwartet, Leo. Da bist du ja endlich hier. Leo, Hilfe. Hilfe, du bist wirklich gekommen. Oh, Leo. Ich brauche deine Hilfe. Du kannst hier nicht mehr helfen, Leo. Es ist zu spät. Du bist in eine Falle gelaufen. Du wirst hier genauso sterben wie das Dämonenbaby. Oh nein. Hier wird keiner sterben, Game Master. Außer du und deine Armee. Ich werde euch alle besiegen. Das wollen wir mal sehen. Na gut, dann los. Game Master Armee, kämpft gegen Leo. Oh, kommt her. Ich werde euch alle besiegen. Oh, das sind ja ganz, ganz viele. Aber ich bin stärker als hier alle zusammen und verschwinde. Verschwinde, verschwinde. Oh, das ist ja ganz, ganz viel hier. Oh, oh. Oh, wie viele sind das denn überhaupt? Eine Armee wird dich auf jeden Fall besiegen. Oh, Leo. Leo, du musst hier verschwinden. Sonst wirst du auch sterben. Los, du musst hier raus. Oh, das ist gar nicht gut. Verschwinde, Leo. Mach dich vom Acker. Du musst in Sicherheit sein. Dafür ist es schon zu spät, Dämonenbaby. Ihr werdet alle sterben. Oh, nein. Ich werde nicht weglaufen, Dämonenbaby. Und hier wird keiner sterben, Game Master. Ich werde das Dämonenbaby retten. Und tranz der Stärke. Oh, ich fühle mich so stark und verschwinde. Weg mit euch, weg mit euch. Oh, ihr seid alle Noobs. Ihr seid alle kleine Gegner und verschwindet. Ihr macht mir nicht mal Schaden. Ihr seid so kleine Noobs. Oh, und komm schon. Du, du und ihr beide noch und ja. Ja, siehst du, ich habe alle besiegt. Und jetzt, Dämonenbaby, ich werde dich befreien. Hey, wie kannst du es fragen? Du hast meine Armee besiegt. Das kann doch gar nicht sein. Du hattest einen Trank der Stärke dabei. Das ist unfair. Das ist nicht unfair. Und los, Dämonenbaby. Wir müssen hier verschwinden. Oh, hey, bleib stehen. Oh, Leo, ich habe ein bisschen Angst. Aber du bist wirklich gekommen, um mich zu retten. Hm, natürlich bin ich gekommen, um dich zu retten. Oh, weg mit dir, Game Master. Oh, nein, nein, nein. Hör auf damit. Das ist unfair. Ich habe keine Pistole. Oh, Leo, du bist wirklich ein Held. Nein, du bist mein Held. Du bist wirklich gekommen, um mich zu retten. Das ist so, so mutig von dir. Oh, aber das habe ich nicht alleine geschafft. Das hast du der Lamy Army zu verdanken. Leute, wir haben gemeinsam das Dämonbaby gerettet. Und jetzt kann ich endlich diese Stinkemaske ausziehen. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Lasst alle einen Daumen nach oben dafür da. Und wir dürfen das unbedingt Lamy und dem Dämonmädchen nicht verraten. Sonst kriegen wir meine Ärger, weil wir nicht aufgepasst haben. Aber Leute, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, das ist ganz, ganz wichtig. Dann verpasst ihr nicht, wie es weitergeht mit dem Game Master. Denn der Game Master ist ein fieser Hacker. Und er wird sich wieder ins Spiel hacken. Also den zu besiegen, wird auf jeden Fall noch lange dauern. Und ihr müsst uns helfen. Wie können wir den Game Master endgültig besiegen? Aber naja, schreibt das in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Gib dem Video einen Daumen nach oben. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.